Teil 16 von Komische Lyrik Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Bildhauerisches von Christian Morgenstern Palmström haut aus seinen Federbetten sozusagen Marmor-Impressionen. Götter, Menschen, Bestien und Dämonen. Aus dem Stegreif fasst er in die Daunen des Plümos und springt zurück, zu prüfen, Leuchter schwingend seine Schöpferlaunen. Und im Spiel der Lichter und der Schatten schau der Zeuse, Ritter und Mulatten, Tigerköpfe, Putten und Madonnen, träumt, wenn Bildner all dies wirklich schüfen, würden sie den Ruhm des Alters retten, würden Rom und Hellas übersonnen. Ende von Bildhauerisches Aufgenommen von Bettine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 textos Ausglijk от